Ja, willkommen zurück. Wir sind gerade richtig am Rollen hier. Wir überfallen die Länder des Bösen und werden uns nach hier hinten unterkämpfen. Wir werden nochmal Gondor spielen, weil wir glaube ich auch zweimal Rohan hintereinander gespielt haben. Und hier kommen wieder die Punkte mit. Der ist noch nicht ganz so juicy, nur zwei, aber die haben glaube ich jeweils vier Fähigkeitspunkte. Von daher, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das ist ein relativ großes Land, das heißt es gibt wahrscheinlich auch wieder eine relativ große Karte. Ja, das machen wir jetzt ein für alle Mal, beenden wir das hier. Wir holen uns alles. Bau vier Wachtürme. Wir müssen sie aufhalten. Jetzt wäre ein Bierchen recht. Okay, das ist eine relativ kleine Karte. Zack, zack. Okay. Guck mal, sammelt euch mal da. Ein Bogenschütze, eine Kaserne. Wo ist denn die Kaserne? Ist das die Kaserne? Ne, nicht die Kaserne, die möchte ich haben. Ähm. Nö, eigentlich nicht. Äh, das. Ein Brunnen. Ach komm, und ne Farm. Und vielleicht können wir uns hierhin zurückziehen. Oh, oh. Gleich zwei. Oder später. Ich spüre, dass etwas Böses nahe. Den hat es aber zerrissen hier. 2600. Hui. Ja gut, der ist natürlich direkt in die Hörner von so einem Ding reingelaufen. Also ich meine, da kann man noch nicht viel erwarten dann. War, war er ein bisschen übermütig, der Gute. Gut, ich habe ihn natürlich auch dahin geschickt, aber. Ähm. Das muss ja keiner wissen. Zack. Bei diesem Fest möchte ich nicht dabei sein. Der Feind ist da. Es gibt noch mehr Lager, so wie das aussieht. Der Feind ist unter uns Männer. Ich kümmer mich im Weg. Komm, stell kaputt. Okay. Oh, Faramir ist ein Level aufgestiegen. Auf Level 9 jetzt schon. Ich finde es auch gut, dass Aragorn der Lappen der Truppe ist irgendwie. Gut, Gimlis. Das ist theoretisch laut Leveln der Lappen. Aber irgendwie. Ähm. Der macht immerhin noch was. Der stirbt wenigstens nicht die ganze Zeit, so wie andere Leute. Und ich gucke jetzt nicht speziell dich an Aragorn, aber. Manche Leute sterben die ganze Zeit. Die haben mich noch nicht wütend erlebt. Sein Wasser. Was ist mit Frühstück? Die haben mich noch nicht wütend. Ähm. Eins. Zwei. Kommt auch ein Turm hin. Ich kann keinen bauen. Okay. Könnte ich etwas Schinken haben? Was mache ich hier eigentlich? Oh, unser... Beide Lager werden angegriffen. Aragorn ist ja gleich da. Der kann ja verteidigen. Ausnahmsweise mal. Kann er was Sinnvolles machen. Oh. 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 Mach mal das mal anders. Ähm. Wir Hobbits töten nicht gerne wirklich. Unser Leut. Kennt ihr? Wir? 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 Er ist auch überrannt worden wieder. Ja. Easy. Gut. Wir haben ihn natürlich auch mehr oder weniger geopfert gerade. Aber naja. Die machen mir keine Angst. Sie greifen an! Ist schon, ähm, ziemlich aufdringlich hier die Gegner. Gibt's was Neues? Kommt! Sie greifen, wir müssen zusammenbleiben! Haben wir hier lassen. Bleib wachsam, Elben. Ich glaube, aus mir wird noch mal was. Der Feind ist unter uns, Männer. Die schaffen wir. So. Mal ganz kurz innehalten hier. Okay, wir gehen mal noch da. Jürgen bleibt mal da. Dabei hat Aragorn das krasse Update hier. Eigentlich. Gibt's was Neues? Das mal kaputt machen. Wir haben die Schmiede verbessert. Hallo? Okay. Okay, der ist komplett ausgerüstet. Der Feind ist unter uns, Männer. Wer weiß, wer wird wieder weg? Du... Komm mal hier hin. Okay. Wo denn? Ich seh grad keins, aber... Es geht los. Da lang. Da ist eins. Ihr denkt, ich kann nicht kämpfen. Geh jetzt. Hier ist was Neues. Zurück. Hier verteidigt mal weiter. Lass dich zurück. Ich spüre, das ist etwas Böses. Hm. Da drauf. Da drauf. Da drauf gehen. Sehr schön. Okay, es gibt noch ein... noch ein Lager irgendwo. Und scheinend irgendwo hier. Müssen wir hin. Da. Was ist mit Frühstück? Macht euch bereit. Hier entlang. Gut. Wir müssen zusammenbleiben. Ihr könnt mal da hingehen. Wir haben... Wir haben... Töten nicht gerne wirklich. Der Feind ist hier. Der Feind wird stark. So. Seid bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie ein Lager. Dann können wir schon mal zwei... Zwei auf einen gehen. Ich glaube, ich soll gegen sie kämpfen. Mary ist irgendwie... Die lauteste Stimme. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie... Nach irgendwas geht. Oder ob das... Nach... Nach Level geht. Oder nach... Buchstaben. Keine Ahnung. Nach was sie sich aussuchen. Welche... Welche Stimme genommen wird. Es scheint nichts mehr zu geben. Außer das Lager hier. Zack. Zack. Das ist kaputt. Ja. Das war's. Sehr schön. Ja, das war ein Tuck schwerer. Also nicht schwer, schwer. Aber ein Tuck schwerer auf jeden Fall. Perikrine Tuck. Oh Gott, war der schlecht. Oh, zwei Level immerhin. Für Gimli und für Faramir. Sieg gesamt zwei Spezialfähigkeitspunkte. Sehr schön. Ja, damit haben wir unsere... Erstmal unseren Gondor-Schlachtzug erstmal wieder hinter uns gebracht. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Vier und wir haben noch zwei Gond... Äh, zwei, äh, drei Rohan. Also das ist okay. Wir werden jetzt nochmal einen Rohan spielen. Dann vielleicht nochmal zwei Gondor. In der Reihenfolge. Also, bis gleich zur nächsten Rohan-Kampagne. Diurnal Nick